Und im Fluch des Lichts auf der Hälfte, die wir gleich Ich starte auf dem Hälfte so ranzo, just for fun Und meine A20 Was kauft man sich denn mit ihm? Ich glaub ich glaub wir sind ja gerade reingekommen Ich glaub ich glaub wir sind ja gerade reingekommen Ich glaub wir sind ja gerade reingekommen Ich glaub ich glaub wir sind ja gerade reingekommen Er ist ja gerade reingekommen Erzähl mal Der ist weg, wieder Barney Oh wisst ihr was ich mir geben werde Könnt ihr mir bei den Wölfen auch helfen? Nein Weißt was ich mach euch nämlich den Golem und fliegt ihn über die Wall Ich werd das wirklich machen Ja Park fängt richtig an Ja Was heißt den richtig anfangen Es gibt viele Möglichkeiten Es gibt sogar noch Leute die mit Boots anfangen Das ist so out Ja das ist so out Es gibt sogar Toplaner die fangen mit Schuhen an Es gibt sogar Toplaner die fangen mit neuen Healpots an Das ist unglaublich Ja auch da ist was Spider war Was denn Kannst nie akzeptieren wenn du auf irgendeine Lane musst Ohne Mist Könnt ihr mir jetzt da helfen oder nein Ja Ich hab mein Gift geskillt Alter wenn ich die dann mitnehme ist es mir egal Ich nehm die weg 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 Da kommen die Scheißviecher 1 von 30 oder 1 von 40 40 Ach Scheiße Guckst du wie? Ich stell dir mal oben in hier den Busch ein Ward rein Da komm ich dann und wir versplatten ihn ok? Ok Gut du hast alle Reicht Ne einen hat er Hat er Also einen hab ich meine ich Naja ist das ok Naja war ja Absicht Ich hab nix gespielt Ich bin fairer Immer noch smited gell Ne ist ja schön und gut Ja den kriegst du locker smited alter Wie leid tanky Leon Allein schon durch dieses Dreckschildes Dank schon No problem Naja Cutter Boots OP Tja dann geht das Gefahr mir los Du hast wie easy aber ist mir egal Achja große bringen ja 2 durch ne Kuh Jo Der W gibt jetzt auch durch ähm wenn du durch den W Leute killst kriegst du jetzt auch AP dazu Echt? Jo Woher weißt du denn das? Nein Dochs haben sie gemacht Doch warum? Ich hab wieder mal OP nach Das ist schon immer so Das ist schon immer so Wenn man durch diese komischen Kometen Leute killt Weißt du Jedes mal wenn du irgendwie ähh Heroes tötest kriegst du AP Mit irgendeinem Spell Ach Heroes Ich hab gedacht auch ähm Dingens Nein alter das wär ja noch cool Das wär das wär ja Eben deswegen hab ich mich ja gerade gefragt was das Deswegen ja Klopf fast los Nein fast Was? Oh lol Ich hab meinen eh noch nicht aber ich komm trotzdem mit da Ich hab ja immer noch einen stun Ich hab auch einen stun Ja Okay ich bin da Ja mit nem dicken Standbild Okay Okay Woh 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 Einmal Woh Ja Alles noch� sabes Das ist die Luxury. Ist okay. Das ist okay. Alter, was ist mit Rumble los? Ja, ame Mut ab. Bei mir bleibt echt Schnee hängen, hätte ich nicht gedacht. Hängen vor allem. Und Dark, wie sind deine Eindrücke von Leonard Jungle? Nur weil du einen Erfolg gegen einen Lamponent geschafft hast. Das heißt nicht, dass das Leonard Jungle gut ist. Ich hab die schon im Norman gespielt. Äh, willst du nicht die Vayne kriegen? Hast du. Good job. Ich würde träumen. Ja, ja. Wahrscheinlich, wenn er Level 6 ist, wo alle killt. Ja, natürlich. Scheiße, stimmt. Ich wollte ja alle kills dealen. Boah, jetzt hinter mir sogar die Minions weg. Leid. Hab ich versucht? Ja. Das ist meine Passive und so. Die ist voll geil. Alter, ich... Äh, ich brauch mal ein bisschen Gold. Für meinen Souls-Seeder, bitte. Warte, ich brauch... Ich brauch vier Minions. Warte. Da, hast du einen. Wird einen schon mal? Hast du den nächsten? Wer ist mit dem Gangtop? Guck mal, wo der ist. Warte, warte, warte. Den hab ich. Wollte eigentlich noch back gehen. Rein. Brauch ich. Ja, dann geh lieber back und danach kommt das. Oh fuck, ich hab recht. Machst du! Ich weiß nicht! Ja, ich hab genug Gold hier. Okay. Ich hab auch nicht das meiste Leben. Wtf. Okay, renne, 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 renne. Nicht, nicht, nicht. Warte, ich geh jetzt back. Nämlich immer mein Souls-Tierer. Wie oft hat Rumble bitte schon sein Flammenspeier already? Pff, alle paar Sekunden. Hat nicht viel. Ey, das sind meine Minions. Wächerlich, Alter. Rumble ist so OP auf der Top-Lane. Willst du mir noch helfen? Willst du mir noch helfen? Ja. Äh, Mitte fällt. Ja, okay. Oder, oder, oder? Ich überleb. Hammer. Glückschild, schronkh. Kein Problem. Voll doch nicht. Schön. Ähm, Xubi, ich komm Top-Lane. Ich hab Teleport ready. Rumble ist OP, vor allem gegen Melee. Rumble ist insgesamt OP. Find ich auch, ja. Werflinch war schön. Hat er zwei Towers kassiert. Ja, natürlich. Hat er tatsächlich TP mit, ey. Alter, bist du irgendwie dämlich? Nein. Ja, Flash schon draußen. Und TP. Fuck you, du Tart. Und du willst dich da auch? Erzähl doch wieder hier weg, bitte. Wollt ich doch grad. Muss vor ihm... Alter Mann, hör doch bitte auf! Du bist die... Alter, ohne mit. Das ist nicht witzig, Mann. Wir müssen nur noch Support haben. Meins... Teleport mitnehmen zu müssen, aber... Ja, keine Wards. Und Soulstealer. Ja, jetzt hol' ich den Wards. Alter... Ich bin nicht nirgendwo in der Support hat, aber... Ja... Fucked halt. Na, ich geh erstmal B gleich. Alles klar. Ja. SS Karma? Hm... SS Cutter. Ah, ist wieder einmal noch da. Alter, könnt ihr bitte mal rumblen? Jetzt mal ganz ohne Witz. Fucking lächerlich, Mann. Der Flammenspeier, Alter. Guckt jetzt ein. Naja, ich komm glaube ich nicht mehr stark. Das ist ziemlich rechtzeitig. Ja, whatever. Kommt doch nicht mehr rechtzeitig. Ja, ist halt right. Was soll man sagen? Also die Minions haben mich grad gekriegt. Ja, die Minions haben mich gekillt. Ja, ist wirklich so. Was? Die Minions haben mir 500 Damage reingedruckt. Du bist jetzt 10,000 Mal in Mitte gewesen. Wie wär's machen wir Toplane? Ja, Coppa Toplane. Warte! Immer Toplane. Der macht gleich seinen Blue Buff. Bist du blöd, Timba war gar Toplane! Ich hab deine Bandage aus dem Bus kommen sehen. Ah, hier ist er. Ja. Geil wie Timba ja Toplane ist. Ich bin holen, ey, wa? Schade. Er ist, äh, nachdem er seine Bandage geklaufen hat, ist er wieder weggerannt. Kann es gut sein, dass er nicht mal Toplane war. Tim, äh, er hat den Trybush geworden. Der Rumble. Trybush. Oder... Da. Guck mal, ich hab mehr Farmer als Wain. Ernst? Ja. Du hast... 20. Sie hat 21. Ja, Timba, Timba ist hier. Ja, okay. Ja, jetzt. Ja, ja, ja. Das waren zwei Stück. Ja, trotzdem, Alter. Du reißt das einfach nicht, ne? Nein. Du hast mir schon die XP geklaut. Nice. Dann kannst du auch einfach mal die Scheiße lassen. Ich mach jetzt den Blue Buff. Weil die höre ich immer beschwert. Jo. Timba ist bei deren Red. Dann kriegst du gleich unseren. Jo. Ja. Ja, war mal. Ich hab Timba gefunden. Kein Job. Huch. Ich hab kein Mana mehr. Kein Problem. Ich bin Klima worden. Obwohl Timba sowieso nicht Bot-Game kommt. Ja, das war der auf die Top-Ende, die mitinfiziert zu sein. Töt ihn! Töt ihn! Oh, ich wollte schon fast mein Ulti loschecken, ey. Ja. Balanzierte. Mit Bot-Lane Diven? Kannst du mal mit meinem Blue, bitte, machen? Okay. Ja, komm, ich kann den. Ja, okay, dann mach. Nehmen. Hier ist nämlich die... Ja, okay. Cutter. Wir können ja auch so Diven, wenn ich meinen Q drehe. Kannst du wenigstens mal Top-Lane kommen, um die Top-Lane zu halten? Ja, kann ich gleich machen. Ich bin dann nämlich nicht die Schnellste. Die Schnellste? Ah, Cutter fällt. Oh mein Gott. Ich bin tot. Hast du? Ja, whatever. Ne, du überlebst. Ja. Heelpot OP. Ja, das war halt Karma-Schild. Ähm, ich komm gleich zum Blue. Ich lauf kurz zurück. Dann geh ich top. Cutter Flashing Knight raus. Kannst schon mal anfangen, ich bin unterwegs. Komm, wo ist bei dir im Blue? Oh Gott, mein Ultor ist auf Smartcast. Guck mal mein Worte. Cutter ist er. Ja, Cutter ist er. Ja, Cutter ist er. Ja, die ist bot. Ist sie? Hm. Okay. Die wollte Gegenteil. Der Rumble ist so dämlich, Alter. Kannst du noch einmal, ein-, zweimal anhütten, dann... Okay, einmal recht. Thanks. Anhängen. Ich komm top. Ja, ich muss eh, ich muss aber... SR ist immer noch. SR ist immer noch. Bereit? Was? Wie denn bereit, Mann? Ja, wow. Ich bin tot. Wow. Ach, ich wollte den großen... SR, oh mein Gott. Vier Leute bitte, äh, botlane. Ja, die hat gekämmt. Easy. Nein, Cutter kommt bitte, ich sehe es. Ja, zwei gegen eins, sagst du. Cutter fehl... Okay, da ist Cutter wieder. Hat sich geflasht. Fuck. Rumble ist es. Oder vielleicht doch? Nee. Ah, schade. Und elf. Ah. Der hat mal einen Rack gemacht. Kann er ruhig haben. Ich kann gegen den Rumble kommen, farm. Hammer. Alter, auf und zu Standbilder, ne? Rumble hat sich... Rumble hat keine Wards. Gut, dann komm ich jetzt nicht top. Sicher? Ja. Ich geh schnell warden, warst du, ne? Mir egal, was das andere Lanes sagen. Jetzt geht's top, ne? Oh. Wenn du jetzt in den Fight kommst. Ich weiß nicht, irgendwie sehen die anderen Lanes aus, sonst würden sie doch ganz gut klarkommen. Nur weil immer war was daneben noch. Hä? Bock mich nicht. Hammer, Mutter. Zu langsam. Guck mal. Ey, du hast doch eine Bestie. Wow. Kannst die Van nochmal versuchen anzuten? Ah, ok. Ja, das war dasselbe. Wie kommst du zum- Ok. Wer war mein? Ich muss dazu noch irgendwas sagen. Wahrscheinlich nicht. Good job. Jo. Jo. Whatever. Schade. Aber lass mich wirklich mal ein A-Battle machen, wo wir nicht in einem Team sind. Ist ja langweilig. Wär wahrscheinlich noch interessanter. Wir dürfen ja gegen uns spielen. Kriegst du, oder? Natürlich krieg ich den. Hat sowieso keinen Sinn. Geh du weg. Defensiv, Xubi. Ganz defensiv. Defensiv gegen Rumble. Ja. Da kann ich immer noch Tower-Dive. Das war ganz ohne Spaß. Kann er nicht. Kann er. Kann er nicht. Du hast nicht mehr Woots. Kann er, hat er vorhin gemacht? Ja, natürlich kann er nicht Tower-Dive, wenn du keine Woots hast. Ist natürlich auch richtig. Das hat nichts mit dem Woots zu tun. Find ich schon ein bisschen. Alter, der Drecks-Vinion blockt mich. Was? Oh, jetzt kommt die Straven. Jetzt kommt die Stealer. Oh, pass auf wie die noch Stealer. Oh, oh. Schafft ihr schon. Pass auf! Ich krieg ihn! Cutter ist es, Cutter ist es. Best Straven-Ult ever. Ich hab sie auf der Minimap gesehen. Dass sie zurückkommt. Ich hör den. Ja, aber ich hab nicht mal zu der Ulti geguckt. Ich hab zu mir geguckt, wo ich lange laufe. Ähm, Timber record sich. Okay, Cutter fehlt. Okay, Cutter ist unten. Oh fuck. Ich hab ein Schild ready. Ich hab ein Schild ready. Ich hab ein Schild ready. Ja, ja. Du lässt mich sterben. Alter, es ist doch gar nicht. SSK, okay. Nevermind. Die sollten immer noch. Oh Gott. Timber hat sich gerecored. Der Blue ist da von denen. Leona? Ja, warte mal. Geh weg, Leona. Was weiß ich, dass er ein Ward ist? Ja, eben. Das ist total Spaß da nicht, ey. Wieso hast du da gewordet? Weil ich sowieso jetzt warden wollte. Der Blue von denen. Ja, ich will das Film bei denen machen. Dann kann ich den smiten. Na gut. Für mich ist dieser Smith vorbei. Yippie aye aye. Yippie aye aye, Schweinebacke. Ist nicht witzig, glaub mir. Ich bin grad echt nicht zu witzig aufgelegt. Da steht ein Pink Ward. Das hätte ich euch aber auch sagen können. Ja, das sagst du jetzt. Dann komm, dann komm. Oh never. Naja, der Ward steht 30 Sekunden später weg. Ja, ja. Mach mal. Oh mein Gott, ich sehe Karma. Herrgott nochmal. Ja, und ich bin zu blöd zum Treffen, Alter. Wow. Ich hab manchmal Legs, ne? Oh klar mein ich eher. Da, auf Kralle, auf Kralle. Da, Kralle. Hallo. Die Botlane passt wieder. Hast du Blue schon gemacht? An enemy has been slain. Ja. Ja. Egal. Ha. Hotlane bockt's erst gar nicht. Was denn? Wieso denn auch? Das ist Rumble. Ich hab nicht gekillt. Pass auf, der 4-2-Rumble kommt irgendwann. Irgendwann. Sollen wir nicht mal Drake machen? Ja, mach doch. Es soll laggen, wenn man TS... Ja, hm. Ich war bei mir erlägt, ne? Ich war bei mir erlägt. Einige haben halt noch ISDN, Xubat. Die kennen sowas wie DSR noch nicht. Ähm, Cutter ist es. Ich will aber mitfighten, ihr seid voll kacke. Maaahster. Mach ein bisschen sehr viel damage. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Komm zu mir, komm zu mir! Der einzige Kippe ist. Loll ist tot. Ha, 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 ha. Ich hab nicht meinen Ignite gemacht. Netzer. Ähm, soll ich... ... auf Ganken kommen? Nein. Lass es lieber, sonst wären wir beide. Was darf er irgendwo anders, die Plays? Ich hoffe nur, dass er bald mal meinen Towerdown macht, dann bin ich schon zufrieden. Warum auch immer er auch noch Movementspiel kriegen muss. Wegen nem Weben. Ja, warum auch immer er dadurch auch noch Movementspiel kriegen muss, ne? Ist ja nicht OP genug. Nein. Das passt ein Ride, ab dem Sinn, Alter. Ach. Äh. Irgendwie... ... bau ich gar nicht so, wie ich sonst bauen würde. Abo Games. Trin hat gar kein... äh, Trin, Amu hat gar kein AP, ey. Du meinst, hast n Wort? Oh ne, hast du keinen, okay. Ich bin im Worten. Ja, aber... Der hat eh von dem alleine getowerdivet. Ja, und? Ich komme mal hoch. Rumble, ich komme mal hoch. Amu könnte top kommen. Hallo, 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 hallo. Hi. Master. Der hat da gewartet. Dann komme ich über den Tribush. Dämlich sind die Karma. Oh, okay, doch nicht so dämlich. Bad. Go, go. Was? Christi nicht! Oh ne Scheiße, mach mich alleine fertig. Fuck you, dann geht das durch. Du Christi nicht. Du Christi nicht. Okay, na Moment. Flash. Was hast du gesagt? Was, was? Flash Noob. Flash Noob hab ich gehört. Ja, 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 ja. Hast du klar? Oh mein Gott. Vier Sekunden. Stuttle. Stuttle. Unstoppable. Ich habe kein Blu. Ich habe kein Blu. Ja, mir. Mir in den Farn klauen. Hallo, ich hab gegankt. Jetzt seid ihr zufrieden. Meckern hier mal rum. Die haben unser Blu gemacht. Bullshit. Ach komm schon SS Cutter Kommt Fragt ihr die Feinde auch mal wo die hergekommen sind? Ja mon Boah man kriegt sogar durch den Jugger Minion 2 AP Durch den großen Ja Voll abartig Alter find ich richtig nice Aber was wollen die jetzt von mir? Ein Kind Eventuell Die Outzone Du hättest nicht kommen sollen Oh shit Die Hälfte von dem Flammenschwein hat mir 300 Schaden gemacht Oh Whatever Hast du das gesehen? Ja Das springt hin und vielleicht wieder weg Holy shit Ich hab doch nicht mal meine Nein Oh und ja sorry Komm mal mich wir machen Wir machen Barren Ja Barren machen wir Barren Armourklopfer 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 Aber du musst tanken Wir müssen rumble Rumble definitiv fokussen Du brauchst eine Tag Speed nicht Mit Katharina Ja ist okay man Der zerlegt uns Der zerlegt uns Der zerlegt uns Der zerlegt uns Ja dich vielleicht Aber nicht Kopfer ebenfalls Kauft ja mal einfach einen Grund Der Flammenschwein allein schon mal an Dexeln und Schaden Ja dann kauft ja mal die Resistenz Ja mit welchem Dole Das kann ich einfach farmen Ja dann geh in den Jungle oder so Ein paar Minions holen Außerdem Kauf dir GP5 Items wenn du Goldproblem hast Dann habe ich keine Magic Wreath Dann kriegst du aber Magic Wreath irgendwann Durch das Gold durch die GP5 Items Mh Master ich bin eben weg ne Warte ich kann mal LOL dat 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 lag Alter war Kaboom Ahahahahahah Ahahahah 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 Er runs amourmitte Doch das hast du wirklich gemisst Will das er jetzt nicht auf dich schieben ne Das muss ich auch gar nicht Ja Rumble Rumble und Amumu sind's hier Ahahahah Ahahahah Oh Quats Nein hier ist Rumble Okay Wie ist das das Treff Ich weiß aber solche nicht Ehe Und Amumu Ich glaube die Babys sind nicht so etwa Nein der Amumu war ja War ja jetzt nicht so auf Top Aber der Rumble Island Mach mich fertig Ich geh gleich Top Ich hab null Maler ne Passt doch so Guck mal Lux Passive und Leona Passive Das ist richtig böse Ja Oh jawel Und dann noch mit dem Lich Bane auf Lux Oh Amumu könnte in der Mitte kommen Alter Leute Komm bitte Der hat aber glaube ich Ne der hat keine Ult mehr Na ja weiß ich Ach Dark ist kaum Feed Rumble ist das Rumble könnte in der Mitte kommen Nein Fuck Toll überab Dark Ah warum Er ist überhitzt Ah Leute macht den Sound aus Sound aus! Wer tagt's da nicht? Ich hab ne Ahnung. Ich brauch den. Ich weiß gar nicht welchen Sound. Von diesem komischen Klingelton. Whatever. Es war jedenfalls kein Skin. Ich bin auf dem Desktop. Warum? Was warum? Ja warum bist du auf dem Desktop? Weil ich das nachschauen wollte. Ich helf dir mal. Gleich mal den Großen mit an. Naja Cut SS. Fortlane SS. Rumble SS. Machen wir jetzt bestimmt heimlich Baron. Ah die haben Geister gemacht. Cool. Zu fünft. Wie er nicht weiter harassen möchte, weil er Angst vor meiner Ult wird. Da ist ne Karma. Ich hab die Karma trollt etwas. Ich hab schon... Okay ich mach mal ganz kurz zu meinem Blue. Ah schass. Oh! Oh. Okay. Okay. Da war ein Amo bei dir. Ja der hat sein Q aber schon gemacht. Nix. Weiter weiter weiter. Ich komm dann direkt auf die Toplane sobald ich meinen Blue habe. Verdammt ich glaub es ist zu spät. Mhm. Mhm. Da ist er. Ich baite. Und ich hab nen Lag. Ich mach die Zeit. Da ist er. Hau ihn zurück. Hau ihn zurück. Hau ihn zurück. Hau ihn zurück. Oder ja Ulti. Was weiß ich. Ja Leona hat Ulti. Alles drauf. Nice. Lol. Hau ihn zurück. Tötet den Killer. Hau ihn zurück. Hau ihn zurück. Guck mal die Killer an. Hau ihn zurück. In einem Sinn bringt der Kill jetzt auch nicht viel. Oh mein Gott. Boah das sind so viele Gags. Geh weg da Klopfer. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab nen 400er Ping. Ich könnte überhaupt nicht reagieren. Reagen? Oh mein Gott. Reagieren. Reagen. Ja ich hab mein Ping. Oh der fuck, ich war die ganze Zeit geslaut, der hat da kletzten. Schade. Ich will die Cutter umbursten. Die Vayne hat Kills. Haha, die Vayne hat Kills, ja, 4-10. Kann doch daran liegen, dass Spider ein Teleporter hat, aber es irgendwie nicht genutzt. Dann geht der Split-Busche mal in Split-Busche. Ja genau, ja. Oh, die Cutter! Recall ich bitte! Push doch den Tower! Nein! Boah! Vayne ist Mitte, Rumble ist tot. Nein! Bullshit, Mann! Lass mir mal bitte die Mid-Creeps, ich brauche die für meinen vorgeschwärts. Ja. Was? Noll. Jetzt kannst du mir erklären, warum sie geflasht ist. Die dachte ich mache bestimmt Ulti, ich habe aber keine Ulti ready. Oh, let him bubble dich. Let him bubble dich. Oh, jetzt haben die überlebt. Drei Stücke. Okay, das war deine Ulti. Jetzt ist deine Ulti. Nur 30 Gold. Jetzt kannst du Ulti schießen. Noll. Ich habe keinen... Ja, jetzt habe ich eine Waller. Oh, die machen ja Fat Damage. Oh. Meine Güte, die hat ja ganz schön dicke Eier. Ah, die ist gut. Scheiße. Ja. Töten. 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 Könnte, Die. Töten. 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 Hm. Ja, man kann Weiger nicht counteren. Ne, nicht unter Platin. Ne, ne, da unter geht nicht. Davor gibt es keine Champions. Kann man auch gar nicht durch aggressives Spielen. Ne. Es gibt unter Platin keine Champions. Die Weiger picket. Hier ist nur. Ja, komm, komm. Lo, lol. Lo, lol. Nice. Go, go, hinterher. Warum muss ich jetzt tanken? Das ist ja nicht cool. Haha, geblinkt. Da ist was. Oh, kacke. Warum? Was ist denn das für ein Stunt, man? Noll. Boom. Ja. Exhausted! 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 Tank. Schade. Dankeschön. Äh, ich mach kurz Seren Blue. Wenn er da ist. Ich komm mit unseren Red. Ich muss wieder top lane gehen. Der Rumble ist noch top lane. Wir könnten den Red machen. Seren? Ja, go, go. Der reset. Warte, ich hack jetzt mal was. Bleib mal, bleib mal. Aber nicht. Kann man den nicht attacken, Mann. Ich werde attacken, bitte. Ich bin mir nicht sicher. Ne. Oh, da ist ne Wayne. Ne lecker Wayne. Rumble ist erst. Der könnte jetzt auch mit sein. Oh, ich hab nen Rumble. Rumble, Rumble. Oh, Rumble. 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 Hier ist ne Wayne. Vorsicht. Warte schon. Und Amomo. Und Amomo. Und Amomo. Fuck you, Ignite. Komma. Da. Da regelt hins. Ach, quatsch. Oder auch nicht. Oh, euer Temper. Er bitt an einem Amomo. Damage ist unglaublich. Sorry hab ich wieder den Dings töten. Oh, ja. Bin ich gewöhnt. Hehehe Danke Ja, danke, wisst es Tötet Jawoll Jetzt kam die Stilo-Ult mal wieder, die Stilo-Ult kam jetzt Der hat keine Skills, really Das sah extrem komisch Double kill Aced Aced 500 Gold brauch ich noch für mein DFG Können wir mal Barren machen? LOL Was denn? Ach nix Können wir mal Barren machen? Ich hab nur so'n Ach so Ich hab viel zu wenig Rüstung, hab ich gehört Ich hab auch nur 80 Ich hab nur 210 Aber ich hab 700 AP Ich würd nicht so viel AR Ach gut, du hast ja noch deinen Weg Geh weg von meinem Blue, bitte Stop! 280 Oh mein Gott, Simba So So welche wie Dark, sind keine Pros In echten Spielen, spielen die auch ohne Skypedes 3 Okay Okay Komm schon, Simba Chase this, Chase this Ziel zu Unterhalt Warum führen sie dann keine gezielte Unterhaltung? Weiß ich auch nicht So gut die Typen, können wir Barren machen, go go Kann ich denn fliegen? Nein, leider nicht So So 280 Rüstung Mein, 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 mein Fähigkeiten Schleier kann In, einen von Barrens attacken Alter, ich mach 500 damage mit einer Kur an ihm Er macht mir 146 Schaden Aua Ich komme, ich komme Easy hab ich gehört, so halt Mach mal easy, hier so Drake, ne Äh, Barren Ja, Standard, Alter, ist okay Okay Oh, Fails mal Oh, die Kata ist mal Nee, lass mal auf den, den, den Dings fokussen Den da Good Job Boah, ich hab grad um 2 gegen 1 alle, alle Exs gefangen Wow Sorry Stammt, ja doch, mein Auto, der krank mir noch Schaden 782 AP Unfair Ich hab auch mal zu viel Ich geh mal kurz mein DFG kaufen Erstmal ne Wormos Erstmal ne Wormos Naja, hab ich schon Huuuuh Schon ne Weile Ich hab Ulti-Ready in 3 Sekunden, ich mach ein bisschen Schaden Ey, was, ein 3-Head schon was? Fuck you Ne, ein R Ne, ne Ulti hat die nicht ge- oh wohl Nevermind, 2000 Schaden mit der Ulti 2000? Ich mach 1200 Also, sie macht 500 Grund-Damage, 1080 durch meine AP und dann noch plus 80% von der feindlichen Ja, für deine AP sind ja auch krank Komm zurück Master, oh mein Gott, ich bin da, ich bin da, ich bin da Ich hab nen Lag Ich hab nen Lag Immer noch nen Lag Ne, war meins Schade Sorry Master Egal Ich hab mein, na egal, ne, das war kurzzeitig, die war unsichtbar Ja, erstmal Ulti anmachen Ja, hier, lass mal Bots holen Weiter Bitte Schadstoffe wie TS3, okay Oh, bitte Das ist so schön Guck es, nein, nein, guck ihm einfach beim Sterben zu Dann nehm ich mir die hintere Nein, hör bitte auf, Mann Ohne Witz, weiter wach Das waren 3 Farms 3, ja Ein Schadstoff Oh, schade Stop Fuck Sorry fürs Ziel Na ja, macht nix Ich hab genug Kills, 23, 3 Easy Nee, lass nicht, aber Ey, lass nächstes Abo-Game erstmal allen 5 Kills geben und dann mal gucken, ob der da Ja, Mann LOL Ich mach den Ich mach den 1245 Schaden in dem großen Minion Wollt ihr eben Barren machen? Haben wir schon, du Trottel Du bist durf Mir egal, wollt ihr den nochmal machen LOL Töt ihn, töt ihn Bin dabei Jo, da macht leider nicht so viel Schaden, weißt du Deniesen Alter, der Typ macht das so lächerlich Ey, Minions, kommt mal her Nein Diese Chinesen Spitz-Augen 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 Ach du Scheiße Ja Muss man nix sagen Muss man nix sagen Tuck you Nein Jetzt hast du ihn resetten lassen Nein 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 Ich hab ja noch mal her Ich hab ja noch mein Deathfighter Go 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 Ich hab ja noch meinen Deathfighter Go 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 Ja, erster Kill Ja, schade Direkt in Tower Range Kommt du mal, komm mit mir Alter Krank Wo rennt der denn jetzt? An enemy has been slain Boah Auch so weit Sie jumpt in den... Luxshu rein Was ist los, Rommel, hä? Was ist los, hä? Rommel, hä? Ja, jetzt sieht's nicht mehr so aus, wa? Lichbang gibt gar keine Magi-Resistenz mehr Mach mal bitte nicht weiter Geh mal bitte weg Weg, 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 bitte Okay Wow, Klauter ist bei der Wir-Farm Wer soll uns haben? Kennst du dich doch? Ich dachte, wir sollen weggehen, hallo? Mach mal noch Ich seh's Wie ihr das macht Ja gut, ich bin jetzt weg Früher ist 2.213 Da lag mich immer noch Ich will lag ihn jetzt vor mir Nein, komm bitte weg Bitte weg, bitte weg da oben Master du auch bitte Dann ist es ja schon vorbei Ich möchte aber noch alle Pawns Sonst ist es schon vorbei Loll, ich war Base und hab den Towerkill bekommen Ja, die Minions zählen dann auch Nein, wie viele wollen dann noch kommen? Ja, die... Deswegen hab ich doch gesagt, du sollst weggehen Sollst ja das 4.000 leben? Hey, ich hab'n Lichbang, ja? Ich hab'n Lichbang Zwar keine Magi-Resistenz mehr, aber ich hab'n Lichbang Boah, ich hab'n Full-Damage Boah, dicken DC grad gehabt Damage Alter, mit 350 Emrefs Oh, schade Scheiße! 28,4, Master, ich hatte mehr Farmen und mehr Kits Mensch, wir konnten nicht Ich hatte keinen vernünftigen Supporter Was soll das denn? Ich hatte... 8,3 Ja, siehst du, 8 Kits, die ich mehr gehabt hätte Ich hab mehr...